Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon seht, heute geht es wieder um Kreativdepot. Es gab diese Woche die Prägefolder-Woche und heute am Sonntag bekommt ihr noch 17% auf alle Prägefolder. Damit sind die normalen Prägefolder gemeint. Damit sind auch meine allerliebsten Lieblingsprodukte, wo ich ja gefühlt schon 30 Videos drüber gemacht habe, gemeint. Also die Cut & Emboss Prägefolder. Auf die gibt es auch 17% Rabatt. Der wird schon automatisch abgezogen, also da müsst ihr nichts noch extra für machen. Und die 17% greifen auch auf diese Zangen. Und vielleicht habe ich mir da auch wieder neue geholt. Schön, dass du da bist. Das fand ich irgendwie richtig cool. Und auch dieses Danke. Das ist doch richtig himmlisch, oder? Es gibt auch nur den Kranz ohne Text. Wer jetzt nicht so der Fan von den Texten ist. Dann für dich die Freupost. Die kennt ihr ja schon von mir. Und diesen tollen Schutzengel. Diese Zange kann man jetzt auch einzeln kaufen. Damals gab es die ja nur in einem Bundle mit diesem Häuserkranz. Und alle davon passen hier rein. Im Shop gibt es auch wieder diese matten Sticker. Ich habe ja auch noch ganz viele woanders bestellt. Aber auch, um das euch einmal zu zeigen, die gibt es in Gold und in Silber. Und den zum Beispiel habe ich mir jetzt auch ganz neu gekauft zu Weihnachten. Fand ich einfach sehr, sehr schön. Und was ich tatsächlich ausprobieren wollte in diesem Video. Ich habe ja diesen Cut & Emboss Prägefolder. Und ich habe hier diese Zange. Und ich will jetzt mal gucken, wie das aussieht, wenn ich in der Mitte das mache. Dass ich quasi die beiden Produkte miteinander vermische. Dieses Danke würde ich jetzt nicht nehmen. Da hat man dann zwei Kränze. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber dieses schön, dass du da bist. Und das ist aber noch nicht da, weil das habe ich mir jetzt auch gerade erst bestellt. Habe ich mir noch ein frohes Weihnachten bestellt für die ganzen Adventskalender. Die sind jetzt immer noch in so einem kleinen Samtsäckchen. Die haben hier zwar eine andere Farbe, sehen aber ansonsten gleich aus. Nur dass der eine halt schon ein bisschen Gebrauchsspuren hat. Ich finde das richtig cool. Wenn ihr die Zange benutzen wollt, müsst ihr die ganz eng zusammendrücken. Da braucht man ein bisschen Kraft in den Fingerchen für. Und dann sind hier hinten zwei Nupsis. Zusammendrücken. Zack. Fertig. Das war's schon. Und dann drückt ihr das nur so zu. Wir probieren das jetzt erstmal nicht bei den Stickern aus, weil das soll meine Vorschau sein. Dass ich immer weiß, was ich habe. Ich bin aktuell ein bisschen dabei. Ich habe sehr, sehr viele Sachen und ich liebe all meine Sachen. Aber vielleicht vergesse ich ab und an, was ich denn alles habe. Deswegen will ich das hier alles noch besser organisieren. Ich habe mal so einen kleinen ausgestanzten Kreis, den wir mal dazwischen schieben. Und dann gucken wir einfach mal. Und drücken. Das war in der Mitte nicht ganz so doll gedrückt. Oh, das sieht man wieder so schlecht. Das ist so blöd. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Auf der Rückseite sieht man es gefühlt besser. Ich versuche es nochmal. Oder ich muss gleich gucken, ob man es auf den Schwarzen besser gesehen hat. Ist das mittig? Ja, das ist mittig. Und volle Kanne. Also auch da drückt lieber zu doll als zu schwach. Also bei den Stickern natürlich ist das wieder was ganz anderes. Kann man das sehen? Wartet. Ich zeige euch, wie man es auf jeden Fall sehen kann. Guck mal, jetzt kann man das auf jeden Fall sehen. Schön, dass du da bist. Nur die Ö-Pünktchen oder die Ö-Pünktchen, wie komme ich denn auf Ü-Pünktchen? Sieht man nicht so gut. Ich versuche das jetzt mal bei einem Sticker. Bei diesen schwarzmatten. Das sieht man vielleicht ein bisschen besser. Und da seht ihr auch nochmal den Engel und die Freupost. Jawoll. Schön, dass du da bist. Ist das nicht geil? Entschuldigung. Aber das ist ja mega schön. Und nochmal. Oh Leute, ich liebe es. Guckt mal. Und ich dachte, wenn man irgendwie mal Hochzeitsdeko oder sowas basteln muss oder mal so ein Mädelsabend, Familienabend, was auch immer macht, ist das doch irgendwie so ein schöner Aufleger, den man machen kann. I love it. Wartet, wir probieren eben nochmal das Danke aus. Also das Danke gehört auch zu den Neueren. Das hat die gleiche Farbe. Aber wie gesagt, das macht keinen Unterschied. Wobei die sehr geöffnet ist. Ist die andere auch so geöffnet? Nö. Also seht ihr das? Doch. Sieht gleich aus. Okay, ich habe einen Knick in der Pünktchen. Also zusammendrücken und der hier muss raus sein. Sonst ist der euch im Weg. Zack. Fertig. So, dann gucken wir mal. Das ist jetzt das Danke. Halbwegs mittig. Oh, wow. Leute, das ist ja wunderschön. Oder? Was sagt ihr? Das ist doch der Hammer. Also ich liebe diese Zange. Und man kann das halt auch, wenn man jetzt eine Maßenproduktion hätte, halt, ne? Ihr seht, wie schnell das geht. Wartet, ich halte mal kurz den Sabbel und gucke auf meinen Sekundenanzeige. So, ich habe jetzt vier Sekunden gebraucht für einen Sticker. Mega, oder? Richtig, richtig, richtig schön. Aber das könnte. Wir probieren es jetzt hier einmal aus. Vielleicht sieht es doch gut aus. Und ihr seht auch, ne? Man kann relativ weit nach innen gehen. So, jetzt sollte man nur irgendwie halbwegs mittig sein. Jetzt volle Kraft voraus. Okay, irgendwie ist das süß. Oder? Was sagt ihr? Also es ist nicht 100% mittig. Aber da bin ich ja eh nicht so die Beste drin. Aber das ist doch schon süß. Wir nehmen jetzt noch das Schöne, dass du da bist. Oh, guck mal. Kamerastalte scharf, bitte. Jawohl. Das ist doch toll. Also Leute, das finde ich wunderschön. Mega. Ich freue mich richtig, dass das so gut klappt. Hier kann es jetzt wieder sein, dass man es nicht so gut sieht, weil es dieses, nicht dieses Spiegelkarton ist. Also mit glänzenden Übersichten funktioniert das nochmal deutlich besser. Also aber auch hier sieht man das. Das ist schön. Also die beiden Produkte harmonieren. Das ist geil. Das ist wirklich richtig großartig. Oh Leute, ich bin verliebt. Ähm. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Weiß auch keiner, ne? Ich bin echt hin und weg. Guck mal, wie schön das aussieht. Also dass man das so gut kombinieren kann. Ich will nur mal eben gucken, wenn wir ein kleines Motiv haben. Ich gucke nochmal nach dem Kleinen hier. Sekunde. Also das Danke wird zu groß sein. Ne, ich glaube, das passt nicht. Aber vielleicht passt der kleine Engel. Der ist ja im Vergleich. Ja, mit dem Engel könnte es vielleicht klappen bei dem kleineren Kreis. Ach ja, der Engel hatte auch schon die Farbe. Hoppala. Und drücken. Leute, das passt ja perfekt. Guckt mal. Wow, ist das schön. Das ist ja richtig toll. Seht ihr das? Oh, ihr müsst mir bitte sagen, ob ihr das auch so toll findet, dass man die so mega... Also wirklich, ihr braucht diesen Prägefulder mit der Zange. Das ist ja richtig schön. Hammer. Leute, ich freue mich gerade so. Und das Tolle ist, ihr habt ja hier bei dem Kranz diesen Punkt. Das heißt, wenn ihr nicht mit was Runden als Aufleger arbeiten wollt, könnt ihr einfach genau auf dieses Punkt gehen. Auf diesen Punkt gehen. Wo ist er denn? Da ist er. Und zack. Und dann habt ihr einen fertigen Anhänger. Oh, ich liebe die Kombination. Oh, wie schön. Ich bin echt gespannt, was ihr sagt. Also wie gesagt, ich habe sie euch ja schon mal gezeigt. Aber das ist ja... Also... Ha, 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 ha. Entschuldigung, ich werde schon wieder ein bisschen albern. Aber das liebe ich. Und da seht ihr auch, benutzt am besten so Karton, der so ein bisschen spiegelt. Das ist einfach nochmal 10 von 10 schöner. Ja, wollte ich jetzt noch... Kennt ihr das, dass ihr manchmal Sachen macht und danach so richtig geflasht seid? So geht es mir gerade. Ich wollte hier ja noch meine Muster machen. Das machen wir jetzt noch einmal. Es passt. Ich habe genau 5 Stück. Und bei Kreativ Depot gibt es immer 5 Sticker quasi in einem Set. Ich mache das jetzt ja ordentlich, Jasmin. Das sind meine Samples. Wir haben den Engel. Wir haben das Danke. Wir haben das Schön, dass du da bist. Guckt mal, die Freupost ist auch noch dunkel. Wir haben die Freupost und wir haben diesen Kranz. Ich bin ehrlich, den Kranz hätte ich mir wahrscheinlich nicht gekauft. Aber damals gab es die Zange nur in Verbindung mit diesem Kranz. Aber die anderen 4 liebe ich. Abgöttisch. Also das Danke und das Schön, dass du da bist. Die Freupost geht sowieso immer. Und Schutzenge kann auch jeder gebrauchen. Guckt mal bitte an, wie toll die sind, oder? Also Leute, ich bin wirklich verliebt. Und wie gesagt, jetzt mit 17 Prozent kann man das, finde ich, auch mal machen. Und wie gesagt, es gibt noch ein frohes Weihnachten. Das zieht bei mir ein. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und ja, ihr Lieben, wie gesagt, der Rabatt geht auf die Zange, auf die tollen Prägefulder, die die perfekte Größe haben, damit man die Sachen miteinander kombinieren kann. Da freue ich mich richtig, dass das geklappt hat. Da war ich mir echt nicht sicher, ob das geht. Aber auch auf die ganz normalen Prägefulder. Wie jetzt zum Beispiel diesen tollen Engel, was man dann gut als Kartenaufleger benutzen kann. Also da gibt es heute noch den Rabatt. Und ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war es dann schon. Also manchmal muss man die Sachen auch benutzen, um zu wissen, wie mega toll die sind. Also wirklich richtig, richtig schön. Und ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss!